Oh, hast du gesehen, ey? Ja, ja, da! Alles Gute! Irgendwo hier, zwischen Sonnenblumen und Winterrüben, zwischen Hamburg und Bremen, da wohnt der Irgendwie-Alles-Könner und YouTube-Star Finn Kliemann. Mit seinen Videos erreicht der Heimwerker-King viele Millionen Menschen. Inzwischen haben er und seine Truppe eine eigene kreative Welt erschaffen, das Kliemannsland, ein einzigartiges Projekt und selbsternannter Freistaat. Hier wird ideenreich gebastelt und leidenschaftlich dilettiert. All das immer höchst unterhaltsam. Finn Kliemann ist auch ein erfolgreicher Musiker. Dazu Unternehmer, er ist Gründer, Webdesigner, Autor und das alles mit 32 Jahren. In der Nähe des Kliemannslandes wohnt er, im natürlich selbst umgebauten Landhäuschen, zusammen mit seiner Freundin Franzi und seinem Hund Giuseppe. Hier beginnt meine Reise, die später selbstredend ins Land der unbegrenzten Bauprojekte ins Kliemannsland führen wird. Ist das schön! Meine Güte, ist das schön! Hey! Du musst Giuseppe sein! Sitz! Giuseppe, mach die Tür auf! Sitz! Sitz! Oh, yeah! Ist es okay, wenn ich zuerst einen Hund begrüße? Natürlich! Der Hund ist weg. Ja, der kommt gleich wieder. Hallöchen! Hast du Geschenke dabei? Ich habe Geschenke dabei. Das ist die... Hallo! Komm rein! Vielen Dank, dass ich kommen darf! Na, sehr gerne! Sehr gerne! Giuseppe! Komm mit! Guck dir, das hast du gesehen, wie er hört. Der ist wahnsinnig toll! Hallo Franzi! Ich habe dir was mitgebracht auch. Giuseppe, komm! Ich komme einfach mit jetzt, ne? Ja klar, einfach hinterher! Fog, Fog! Guck! Ist das schön! Es ist klein und schön. Es ist klein. Und es ist ein bisschen verrückt, weil ich das Gefühl habe, dass ich hier schon ganz oft war. Ja klar, weil das ist natürlich immer wieder... Hier habe ich euch Popcorn kochen sehen. Hier sehe ich die ständig irgendwie klimpern und so. Siehst du, er hat erkannt, das ist Popcorn. Dafür sind wir bekannt. Soll ich dir mal irgendwas abnehmen vielleicht? Ja, und zwar ist das für dich, das habe ich selbst gemacht. Oh, danke! Selbst gemacht? Also ich habe die selbst gezüchtet, sehr lange gewartet, bis sie alle gewachsen sind und dann abgeschnitten. Ach Quatsch! Nee, du hast sie nicht selber gezüchtet. Das ist ein regionales Produkt. Sehr gut! Dankeschön! Und um die Stimmung gleich weiterhin in die Höhe zu treiben, wäre das ein Geschenk für dich, mein Lieber. Murmeln? Ja, sehr, sehr viele Murmeln. Darf ich dir abstellen? Mach, was du willst. Fühl dich mit zu Hause. Sag das nicht! Weil Insider-Informationen haben ergeben, dass du einen Golfschläger brauchst. Ah, Golfi, Golfi! Geil, Alter! Und was ist das? Das sind noch so Spielzeug-Attribute. Geschädlich denn Spiele und so'n Kram? Oh, was magst du doch? Hör auf! Geil, guck hier, guck mal. Ja, genau! So was ist gut, ist zum Runterkommen gut. Ey, ist doch wirklich das Allergeilste, aber das hier ist unmöglich. Kannst du nachher auch mal machen. Ich werde bei so etwas manchmal etwas aggressiv. Ich auch, aber das ist genau die Therapie dagegen oder dafür. Für ein besseres Leben, ich krieg's nicht auf. Das ist doch geil! Was hast du denn probiert? Du hast von einem Geduldsspiel die Packung nicht aufbekommen. Das ist schon auch irgendwie aussagekräftig. Ein Sechser? Woher weißt du das? Oh, sogar meine Länge, ey! Vorsicht, bitte! Sag mal, bist du wirklich so... Du gehst nicht auf ein Golf-Jagd? Nee, ich hab aber einen... Wie heißt das? Eine Platzreife. Weil alle anderen bei mir im Büro eine gemacht haben, als es so losging mit erfolgreichen Unternehmertum. Kannst du's mal nicht mehr drin machen, bitte? Hast du gesehen, dass das beim ersten Versuch funktionieren hat, oder was? Ich glaub, das ist unfassbar! Ich dachte, das sind so Sachen, die man tausendmal dreht und dann einmal funktioniert. Nee, anscheinend nicht, ey! Geil, vielen Dank! Ich weiß auch, das weiß ich sehr zu schätzen, weil die kann ich mir nicht leisten, die neuen. Ich hör mir immer Lakeballs. Diese alten, da gibt's für 13 Euro auf Ebay 6000 Stück. Das sind die, wo so ein Taucher in die Seen da reingeht und die rauszieht, ne? Neue Golfbälle. Ich hab aber noch was für Giuseppe mitgebracht, falls er das darf. Ich weiß es nicht. Klar darf der das, wenn er es frisst. Darf ich ihm das geben? Einfach mich einzuschleimen? Und weil er so toll ist. Ja, aber ich weiß nicht, ob er es frisst. Der ist grad ein bisschen wählerisch, was Futter angeht. Keine Ahnung warum. Er muss es lernen. Wie alt ist Giuseppe? Ein Jahr. Letzte Woche Geburtstag. Na, das ist doch super! Giuseppe! Happy Birthday! Giuseppe! Allora! Jetzt! Guck mal hier! Sitz! Du kannst alles... Pass auf, du kannst... Warte, du musst Nimm dann sagen. Oh! Oh, süß! Das krasse ist, dass er tatsächlich in Rescue ist, aber er sieht aus wie ein Designerhund, ne? Ist so, ne? Findest du? Ich finde, er sieht immer noch... Nein, er sieht aus wie ein Designerhund. Der ist nämlich... Den hat ein Kumpel von Franzi auf der Straße gefunden. Jetzt wohnt er hier. Das ist der Allergeilste. Da war der irgendwie zwei Tage alt oder so. Das wollte dir aber gar nicht. Du hast doch irgendwann mal gesagt, dass du eigentlich gar keinen Hund willst, weil die Zeit hast du gar nicht und so. Genau. Obwohl auf dem Kliemannsland ja ganz viele Hunde rumrennen. Ja, ja. Aber ich meine, dann kam irgendwann auch Corona und so und dann war es eigentlich voll geil. Perfekte Zeit, um einen Hund zu erziehen. Das muss man ja auch machen in Niedersachsen, ne? Hundeführerschein. Ernsthaft? Willst du was trinken oder so? Voll gerne. Ja, sehr gerne. Aber hast du nicht mal einen Barista? Du bist doch alles. Du bist ja auch Barista. Fett. Ich kann ja eine schöne Traube da reinfüllen. Komm, ey. Soll ich mal machen? Ich hatte diese blöde Barista-Schulung auch. Das hat überhaupt gar nichts zu sagen. Aber die Maschine ist doch scheiße irgendwie. Natürlich, es liegt an der Maschine. Das ist wie bei den Golfbällen. Ja, weil wir schnorcheln. Das dauert alles ewig, bis das richtig aufgeschäumt ist. Schon check ich alles nicht. Ich kann auch einen schwarzen Kaffee einfach. Ist völlig okay. Du kriegst jetzt das Geilste, was wir im Haus zu bieten haben. Yes. Ich hätte auch tatsächlich erwartet, dass es wesentlich irgendwie chaotischer ist. Chaotischer? Ja, also im positiven, kreatives Chaos. Aber es ist schon sehr, es ist sehr aufgeräumt und sehr ... Das bin ich. Natürlich. Was? Das liegt an mir. Dass du so aufgeräumt bist. Ja. Richtig. Es gibt hier ganz klare Regeln, an die ich mich verdammt nochmal zu halten habe. Richtig. Ne, ich finde es halt ... Also, ich finde, wenn man viele Sachen hat und ein kleines Haus, dann muss es ordentlich sein. Weil sonst sieht es richtig schnell richtig zugemüllt aus. Ich auch. Und deswegen räume ich dreimal am Tag einfach auf. Ernsthaft jetzt? Ja. Ihm hinterher oder auf? Auch, ja. Ja, komm. Kann ich nachvollziehen, ja. Kurz vor der Finalisierung. Was machst du denn da? Ich bin so gespannt. Den Schaum raus. Also den Schaum raus. Den Schaum raus, ja. Super. Löcher raus und den Schaum raus. Und kannst du dann auch so ... Machen wir noch schön so eine ... Exakt. Nee. So eine Sixtinische Kapelle noch in den Schaum oben rein? Kann er nicht. Doch, klar. Ich bin so gespannt. Erst mal untersticht man die Milch. Was das bedeutet, wissen wir ja alle. So, du machst jetzt noch ein bisschen Schaum. Das bedeutet gar nichts einfach. Wenn das jetzt funktioniert, ne? Ja, wenn das jetzt funktioniert. Das ist das erste Mal, dass es irgendwie Hauptpunkte sind. Bitte. Leco mio. Bitte? Bitte! Ey, das gibt's ja nicht. Das hast du noch nie geschafft, ey. Das mach ich auch so. Das ist so gelogen. Nach mir hab ich einen Kaffee gekriegt, der so aussieht. Was ist denn dein Plan? Was willst du eigentlich ... Im Leben erreichen? Sag mal, wir wollen jetzt Holz wegräumen. Was wir übrigens gleich auch noch mal machen können. Franzi will ja vorher den Holzhaufen weg haben. Wir haben mehrere Aufgaben, falls du Bock hast, was zu tun. Voll cool, Holz wegräumen. Also hacken ... Ja, jemand muss im Weidemann sitzen. Und die andere Person muss in einer Schaufel vorne sitzen. Ist Weidemann eine Person? Was ist Weidemann? Wo muss man sitzen? Eieiei. Ein Radlader ist das. Natürlich ist das ein Radlader. Klar. Wir haben hier vorne, wir können mal rausgehen, wenn du Bock hast. Da sind coole Sachen. Ich würde so viel ihr zeigen ... Ja, lass mal entspannt hier durch. Wir müssen sowieso noch Hühner füttern. Und wir haben ein paar Aufgaben, wenn du Bock hast. Super, super gerne. Das ist jetzt auch nicht gescripteter Fernsehmüll, sondern das sind einfach Sachen, die wir hier zu tun haben. Nein, wir skripten schon deswegen nicht, weil ich mir das dann merken müsste. Und das geht nicht. Ich mach zu, oder? Ja. Damit keine Einbrecher. Der Hund kann noch raus. Der ist irgendwo draußen schon. Wie hast du den da drauf geschickt? Zeig ich dir gleich. Ich hab so einen Weidemann. Ach, der Weidemann? Ja, hier. Guck mal hier. Nee, nee, nee. Geh hier. Jawoll. Wo ist er? Wo hätte er hingehen sollen? Ins Auto? Ja, in die Fensterscheibe vom Fahrrad schon kaputt. Hier. Du willst die Scheibe kaputt schlagen? Ja, hab ich schon. Aber ich will die hintere Scheibe kaputt schlagen. Fuck. Jeb. Komm her. Oh, hast du gesehen, ey? Oh Gott, das war so knapp, ey. Ich will auch einmal probieren. Jeb, hier. Hol. Hol. Schnell. Noch eins. Ich kann nicht unter Druck, Mann. Zu spät. Ich kann nicht unter Druck. Ja, kenn ich. Fünf, vier, drei. Jawohl. Das war gut? Na ja. War auch gut. Das ist ein wunderschöner Garten. Ja, guck mal. Hier ist der Garten. Hier macht Franzi Gemüse und so. Ach, du machst Gemüse? Ja. Dachst du Finn? Die Frage war so, dachtest du wirklich? Er macht Gemüse. Ich finde es übrigens so toll, dass ihr tatsächlich schon seit eurem 16. Lebensjahr zusammen seid. Ja. Das ist ein Riesenglück, ne? Voll. Total. Vor allen Dingen, dass man sich quasi hier so kennenlernt und dass das dann passt. Weil hier gibt es ja auch nicht so viele Leute. Absolut. Und dass ihr beide hier bleiben wollt. Weil oft ist ja so, dass einer sagt, nee, ich gehe jetzt nach Berlin. Ja. Ich glaube, es geht aber für Finn auch nur, weil er quasi alles hier hergeholt hat. Sonst hätte er, glaube ich, gesagt, ich will irgendwie nochmal nach Hamburg oder Berlin oder keine Ahnung. Nein. Die springen, ey! Spring was? Wer springt denn? Hühner! Guck mal, ich habe einen Würmer. Ach, du hast Kühlwürmer. Das sind ja kleine. Ja, wir haben Babys. Ach toll. Hallöchen. Aber das ist, ihr habt selber Eier, ne? Das sind die, die ihr morgens euch auch in die Pfanne bautet. Und schlachtet ihr auch Hühner? Ja, ich habe tatsächlich mal mit einem Kumpel zwei Hähne geschlachtet. Selber? Ja. Richtig Kopf ab? Ja, Finn hat den Kopf abgehauen und ich habe die ausgenommen und gefedert und so. Und dann haben wir quasi einen Suppenhahn da draus gemacht. Schöne Güte. Oh, vielen Dank. Frisch gemacht. Das kann ich ja ungekühlt mindestens fünf Tage aufheben. Fünf Tage? Voll gut. Pass auf mit dem Scheiß. Das hat mein Vater mal im Skiurlaub gemacht. Da ist die ganze Soße da in die Jacke gelaufen. Das riecht richtig schön. Dann halte ich es halt jetzt einfach die nächsten zwei Tage in der Hand. Wir geben dir gleich so eine Schale. Du kriegst noch fünf andere, dann hast du ein volles Sixpack. Oh, das ist total nett. Vielen Dank. Und es geht nichts über so ein gutes Bio-Ei aus selbst gehaltenen Hühnern. Wir haben auch Hühner. Und ich weiß das wirklich total. Und ich weiß auch, wie schwer es ist, einen Huhn zu fangen. Ich konnte als Kind immer Hühner fangen. Kannst du jetzt auch. Die sind easy hier. Guck mal. Nee. Jeppi, aus. Ja, so easy ist es nicht. Warte, warte. Ich lock sie an. Tschüss, Appe! Ey! Tschüss, Appe! Hey! Hör auf. Ich glaube, heute haben wir zu Huhn. Jepp. Ach, die Liebe ist hier. Ich möchte hier bleiben. Darf ich einfach hier bleiben? Nicht Hühner jagen. Niemals. Das sind deine Kumpels und du musst auf die aufpassen. Ja. Letztens saßen sich alle die miteinander auf der Bank. Ich kann mir das zackgemachen. Ich mag das. Ich mach kurz den Weidemann an, okay? Wo hast du das her? Wo kommst du her? Franzi, für den Scheiß. Ich hab den gerade wieder heile gemacht. Toll. Ja, ne? Mach mal das Tor auf. Lass ihn mal fahren. Zeig ihm mal, wie das geht. Ja. Darf ich das möglich machen? Ich nehm das Ei. Danke. Okay. So, setz dich rein. Dann Handbremse lösen. Löst jemand? Wo ist die denn? Ah ja, okay. Und der hat sehr viel Spiel, wenn du lenkst. Nicht, dass du irgendwas umhaust mit der Schaufel. Mach mal kurz mit dem Lenkrad. Wow. Weißt du? Okay, verstehe. Also gar nicht lenken am besten. Ja, doch schon ein bisschen, aber ... Yes! Ja cool, lass uns einen Flughafen bauen oder sowas. Ja. Wo fahr ich hin? Keine Ahnung, wo soll er denn jetzt hinfahren? Wollt ihr Holz machen? Fahr mal hier rum. Rausik kommt mit dem Waldemann. Ich mach aus, ne? Ja. Sonst du? Hallo. Hallo. Na? Wie süß ist das denn? Passiert auch nie eigentlich. Echt? Nee. Dass die Nachbarn sich melden? Dass hier jemand vorbeifährt und sagt, Finn, hallo. Passiert eigentlich nie. Aber kommen eigentlich Fans? Weil die wissen ja, wo ihr seid. Der geilste war der Typ, der bei uns im Hühnerstall pennen wollte. Weißt du noch? Oh Gott, ja. Nachts hatte jemand geklingelt. Ernsthaft? Ja. Sturz betrunken. Wirklich richtig besoffen. Und wollte der einfach nur ... Also war der besoffen und wusste gar nicht, bei wem er da klingelt? Nee, das wusste er. Der kam aber von weiter weg. War aber ein paar Dörfer weiter hier in der Disco feiern. Und hat der bei euch im Hühnerstall geschlafen? Nein. Wir haben dann seine Mutter angerufen. Das war ihm richtig unangenehm. Das hat er noch gepeilt. Ach, der war echt eher jüngerer. Ja, ja. Wie alt war der? Keine Ahnung. 19, 20 oder so? Okay. Ey, wir hatten da noch Megaschiss. Weißt du noch? Wir haben den dann halt nicht draußen warten lassen, weil es so kalt war. Haben die noch einen Kaffee gemacht? Es war vier Uhr morgens oder so. Und wir saßen dann mit dem am Küchentisch, haben einen Kaffee getrunken. Alle voll genervt. Aber ... Und irgendwann meinte ich so, ja, die ist glaube ich da. Er geht jetzt raus. Und am nächsten Morgen nach dem Aufstehen habe ich seine Schuhe und Socken da vorne gefunden. Ey. Und das machen ja Leute, bevor sie erfrieren, ziehen die ja ihre Schuhe aus. Ernsthaft? Ja. Und wir haben halt gedacht, ach du Scheiße, die Mutter ist nicht gekommen und der ist erfroren. Oh Gott. Und wir haben gedacht, wir haben den umgebracht, ey. Ja. Aber er hat das überlebt. Ja, ey. Der war noch mal, keine Ahnung, zwei Wochen später oder so, ist ja noch mal wiedergekommen, nüchtern. Und hat sich halt auch voll lieb entschuldigt. Wie oft verletzt du dich eigentlich so? Eigentlich nie. Komisch. Komischerweise. Komischerweise. Alter, ja. Ah, du verletzt andere, verstehe. Ja, okay. Ja, ist doch geil, ey. Hacking ist so geil einfach. Ey, nein, nicht buddeln. Oh. Fährst du die Kiste noch einmal nach hinten? Ja klar. Dann können wir das auskippen und dann können wir auch los. Müssen wir auch gleich, weil wir da, die bauen so einen Pferdeanhänger irgendwie. Und den müssen wir irgendwie… Im Kliemannsland? Ja. Ja, das ist es, ey. Aber es gibt, man kann tatsächlich Bürger vom Kliemannsland werden, ne? Ja, da kannst du dich anmelden, genau. Und wie, also was ist denn Kliemannsland dann? Ist Kliemannsland eine Firma? Ist Kliemannsland ein Freizeitpark? Ja, weiß ich auch. Ist so eine Mischung, glaube ich. Also wir haben ja angefangen mit so einer Sendung ohne Konzept und haben gesagt, ey, wir brauchen einfach Platz. Franzi wollte uns das nicht zu Hause. Also ich wollte da, wo wir vorhin waren, da wo wir Golf gespielt haben, da wollte ich das hier produzieren. Ja. Und dann hat sie gesagt, ey, kein Bock, ey. Die erste Idee, wir hatten nur eine einzige Idee und das war mit dem Wasserwerfer und uns gegenseitig alle oben pusten, auf Motorrädern so. Und dann hat sie gesagt, ey, hier ist alles nass hier und so. Und dann habe ich schon so… Sie hat mich so gesehen, wie ich so einen Zollstock durchs Wohnzimmer gelaufen bin und so, hier kommt so ein Rig rein und dann kann man da Kamera und hier machen wir die Lichter fest. Ey, wir wohnen hier, Alter. Das geht nicht. Und dann haben wir gesagt, gut, dann brauchen wir mehr Platz. Dann haben wir den Hof hier gekauft und dann hat der NDR gesagt, ey geil, keine Ahnung, was ihr da vorhabt, aber es sieht irgendwie witzig aus, lass mal machen. Dann haben wir vier Jahre das produziert hier. Für Funk. Genau, mit dem NDR für Funk, genau. War voll geil auch. Es gab keine Auflagen, es gab keine Gesetze, wir haben alles gemacht, was wir wollten. Und so ist es immer größer geworden. Am Anfang waren wir drei Leute und hier ist einfach jeder willkommen und die kümmern sich umeinander. Das ist wie so ein großes soziales Experiment. Man kann die Hochzeiten feiern. Genau, du kannst das auch mieten. Also wir haben auch so, keine Ahnung, da ist Grunau und Jahi oder so mit all ihren Leuten und die basteln auf dem Hof und haben irgendwie Jahresveranstaltungen und so einen Quatsch. Das gibt es halt auch. Ey! Joel! Ja, es ist authentisch. Macht ruhig, ist okay. Hör mal auf. Hör mal auf kurz. Hör mal kurz auf. Hallöchen! Müssen wir mal die Tour geben? Ja komm, wir gehen rum. Was macht ihr denn eigentlich? Wir bauen einen Glühweinstand für unser Café und für Veranstaltungen, wenn das mal wieder geht. Ja, ich bin sehr jung, Alter. Ach cool, okay. Und er macht natürlich auch gleich ein Video draus, ne? Dass es quasi sich auch lohnt, ne? Ist ja ein schönes Projekt. Aber ihr seid ja auch bei den meisten Videos mit dabei, ne? Ihr seid ja auch dann Hauptdarsteller mit, so mit in der Band. Wir werden dafür zwar nicht bezahlt, aber ja. Super! Danke Jungs! Das heißt ja Kliemannsland. Ja. Also bist du dann so eine Art Messias und wenn du reinkommst, wirst du gefeiert? Ja. Sowas sektenartig-ikonisches? Heute Morgen zum Beispiel hat es nur genervt. Ich bin echt gut am Arbeiten und dann kommt der... Leidergeworfen ist meine Hose gelesen. Ernsthaft jetzt? Ja! Da freut man sich dann nicht so über den Messias. Ich bin doch kein Messias, nein, nein. Wir sind ja alle eine große glückliche Familie. Ja. Ich meine, ihr seid ja schon prominent. Brian, ja. 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 Der kriegt bald sein eigenes Sticker-Set. Ja, Panini oder? Brian Young-Boomski. Special Edition. Ich hab gerade, ich hab so ein Album auf dem Telefon, mit den besten Fotos von Brian, die ich jemals gemacht hab, nach dem Schwimmen und so. Trägt ihr ja Klamotten auf diesen Fotos? Auf zwei. Auf manchen nicht. Ja, ich freu mich. So, jetzt hier, die Jungs müssen das jetzt absegen, dass sie mal vorankommen. Ich zeig dir meinen Rest. Ja. 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 Mach's sau. Mach's sau, mach. Das ist fett, ey. So großartig. Du hast einen mächtig an an der Klatsche und dafür liebe ich dich. Guck mal, wir können, wir können hier mal lang. Können wir hier parken oder kriegen wir der Ärger mit dem Ordnungsamt? Wo schlafe ich denn eigentlich heute? Willst du sehen, hier vorne? Ja. In einem Gebäude drin? Guck mal, hier rechts, da ist er. Ach, wie schön. Ja, ist ein bisschen runtergekommen, von innen ist der super. Malte hat ihn gestern noch gestrichen und so extra. Für mich? Wie nett. Ernsthaft jetzt? Ja, ich glaube, er hat auf jeden Fall weiße Finger. Ach, wie gemütlich. Oder? Schlafe ich hier alleine oder kommt hier noch jemand? Ich weiß nicht, ich glaube, hey, komm mal. Bist du eigentlich ungeduldig? Ja. Ja, schon, ne? Also wenn Leute zu dir kommen, dann wissen sie wahrscheinlich, ey, wir dürfen den nicht länger als 10 Minuten. Genau so ist es auch, ja. Also es ist ziemlich knackig so. Es tut mir auch leid, weil das ist ja auch überhaupt nicht das, was ich sein will oder machen möchte oder so. Und ich will auch nicht in so eine Rolle gedrückt werden, wo man dann so, oh, da kommt der, ja, jetzt müssen wir vorsichtig sein oder jetzt müssen wir ganz schnell reden und so. Aber auf der anderen Seite, ey, in wie vielen Meetings, weil jeder von uns die fünf Stunden hier noch nichts gebracht hat. Absolut. Genau. Und das kann ich nicht haben. Sag ich so, jetzt, mir reicht's. Ihr bereitet das bis morgen alles vor und danach machen wir das hier in 10 Minuten. Und dann nächsten Tag klappt das. Und machst du auch so Ansagen? Bist du auch mal streng? Ja, ja. Ja? Nehmen die dich ernst eigentlich? Ich meine, das ist derselbe Typ, der vorhin mit dem Boot Raketen in die Luft schießt, den Penis in den Acker sprengt. Ja, genau. Und dann sagt der plötzlich so, ich bin euer Chef. Ja, genau. Es ist ja kein Chef, sondern es ist einfach so, pass auf, bei mir läuft das halt zusammen. Ich muss die letztendliche Entscheidung dafür treffen. Und manchmal vergreife ich mich dann auch und sag's halt so. Und dann sag ich irgendwas Doofes oder so und dann ist irgendwer gekränkt. Aber zum Glück check ich das immer. Und dann fahr ich abends dahin und dann entschuldige ich mich, weißt du. Und sag, ey, das war dumm. Ich war voll aufgebracht, das war hohl und das war scheiße. Erzähl nochmal in Ruhe. So, und sowas musst du halt dann auch machen. Ich hab einfach aus all den Situationen, wo ich für Leute gearbeitet hab, richtig viel gelernt. Vor allen Dingen, was ich dumm fand. Wie ich behandelt wurde. Ich war immer ein Stück Scheiße. Immer. Ja? Ja, natürlich. Als 14-Jähriger hab ich Weihnachtsbäume irgendwie auf so Weihnachtsmärkten eingesammelt und so ein Kram, die voll gepisst waren und so. So, halt Sachen, die man so macht, Jobs, die man hatte, ne? Und es geht gar nicht um den Job, so, dass man einen ätzenden Job hat, ist voll normal. Aber es geht darum, wer du warst in der Firma und wie du behandelt wurdest und so. Und das fand ich so scheiße. Und die Art und Weise, wie man eh immer behandelt wird. So oft von oben herab und es sind immer so Bosse da, die dich irgendwie kleinreden wollen und die selbst deine Idee kurz vor Ende nehmen und dann einfach selber ausspucken und so. Das hab ich nicht verstanden, wie so die Welt so funktioniert und warum seit so vielen Jahren alle das einfach fressen. Wir müssen sowieso mal langsam, kriegen die den Scheiß sonst nicht fertig, wir müssen da nochmal. Ey, wenn du zwei linke Hände brauchst, ich hab sie. Ja, viel mehr bring ich auch nicht mit, um ehrlich zu sein. Aber ein bisschen an der Hose ziehen kann ich, um dann ein zweites Loch reinzumachen. Stimmt. Müssen wir jetzt was haben? Also muss ich was haben müssen? Weiß ich nicht. Seid ihr fertig? Weil es ist ja genug Zeit vergangen. Ja, das ist schon mal der richtige Spruch. Wir sind quasi fertig. Ja, cool. Na dann. Ihr könnt die auch nochmal mit anpacken. Was denn? Was muss noch gemacht werden? Zum Beispiel die Winkel, die sind jetzt hier gebogen. Warte. Da müssten jetzt noch Löffel rein. Ich bohre nicht, ey. Da wirst du zwei Löcher reingebohrt. Ins Eisen? Genau. Okay. Da musst du mal richtig drücken, du. Ja. Und dann würden wir da ne Mutter aufschweißen, damit das da nicht durchrutscht. Ich kann nicht schweißen. Natürlich. Deswegen bist du auch hier. Ach so, weil ich etwas nicht kann. Okay. Gehst du das nur durchstecken und gegenhalten oder was? Ja. Mutter, hör doch mal zu. Hier soll ne Mutter drauf geschweißt werden. Ja, und dann, dass er nicht durchrutscht. Ja, hab ich gehört, aber das rutscht dann trotzdem durch. Ja, dann hier die Mutter. Wie lange wird die Mutter? So lange? Hier. Meine Mutter ist 1,65. Wird jetzt einer wirklich so? Aber ich hab's nicht gemacht. Na klar, dann sind wir diese flache Scheiße. Ich hab überhaupt nicht so an. Ne? Meine Mutter ist, glaube ich, die Größte. Wie groß ist denn? Also 1,65. Meine ist 70. Meine Mutter ist die Größte. Und deine? 1,70 ungefähr, ja. Okay, du hast die größte Mutter. Super. Respekt. Na ja, das ist schon was, ey. Danke, Leute. Das bedeutet mir die Welt, ey. Okay. Wollt ihr jetzt zwei was machen, oder was? Ja, klar. Ja, klar. Toll. Erste Aufgabe, Herr Liede. Cool. Jetzt müssen wir die Löcher reinbohren. Was ist denn, wenn ich da jetzt durch dieses Ding da durchbohre? Toll, dann hast du's geschafft. Ja, da geht gar nichts, ne? Ja gut, mit Gewalt. Ja, genau das brauchst du dafür. Jetzt haben wir unsere vier Löcher. Jetzt machen wir die Schweißgeschichte mal kurz. Hast du das Geräusch gemacht mit dem Mund? Nein. Doch, nein? Kannst du Geräusche nachmachen? Nee, das war mein Kopf, der hat sich da festgesaugt. Kannst du machen mal noch mehr Geräusche? Ich kann nur das. Mach das mal. Das klingt genauso wie eine Weinflasche. Das war gut gemacht, ey. Danke. Kann ich damit hier was anfangen? Ja, warum nicht? Das ist Brian, der kann Schweißen. Das ist Stefan, der kann Feuerwerken. Das ist der, der Geräusche kann. Ich bin der, der Geräusche kann. So wie der Eck. Guck mal, es gab den einen Typen vom Police Academy, der ist nur deswegen berühmt geworden. Ja! Alter! Voll gut geschweißt. Besser als Freude. Alter, mega! Siehst du, das ist ein geiles Riecht, das ist das Holz, das da drunter schmuck. Das riecht tatsächlich gut. Oder? Das riecht wie die Sauna. Das riecht nach ehrlicher Arbeit. Ja, lasst euch hier mal was einfallen. Wir hatten so eine Idee, so eine Plexiglasscheibe und dann so eine Art Murmelbahn. Das ist so ein Trinkgeld. Das ist so klack, 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 klack. Oder was wir auch gedacht haben, war so ein, also dass hier ein Display immer noch wieder reinkommt und dann drehen wir so ein kleines Video, wie so einer so sitzt und die ganze Sätze hochguckt und so. Und dann sieht das aus, als wenn eine andere ein kleines Hock, weißt du? Zwei, eins. Beautiful. Sehr schön. Da, guck, hast du gesehen? Ha! Das ist super! Der ist so geil geworden. Voll gut auch mit der Beschleunigung, sehr gut. Hier, nimm mal. Dem Chef gebührt er erst. Nee, hier, du bist der Chef heute. Herzlichen Dank. Ist der warm? Du also... Ja. Ihr könnt ein bisschen nach Daisy riechen. Was? Nach Diesel? Daisy, Desinfektionsmittel. Ich hab mir grad die Hände eingeführt. Ich dachte, Daisy ist deine Ex oder so. Aber Leute, nicht da reinpacken. Oh Gott. Prost, Leute. Prost, nicht anstoßen. Prost, Leute. Prost. Prost. Einmal jeden Schluck krieg ich hier einen rein, ey. Hast du gut gemacht. Habt ihr super gemacht. Du hast geschweißt, geflext, Trecker gefahren. Du hast halt viel erlebt, ey. gepackt. Drill, Brian, essen. Es wird kalt. Oh. Ey, ganz kurz, könnt ihr jetzt mal bitte hier ein paar kleine Würstchen wegschnappen? Hier liegen 200 Stück fertig gebraten in dem Portage hier. Da hinten auch! Was ist das denn? Alles Gute zur 25.Folge! Alles Gute! Wo ist das andere Ding hier? Wie nett ist das denn? Vielen Dank! Was? Ist das echt die 25.Folge? Na danke! Vielen Dank! Guck hier! Das ist für dich! Eine Art Trophäe! Dankeschön! Alles Gute! Vielen Dank auch für die Rauchvergiftung! Danke! Ich kann mich mal umdrehen, dann kann man die auch sehen! Wieso weißt du sowas? Na ja, wir sind gut informiert! Selbstverständlich! Du warst doch vorbereitet auf den Tag! Prost! Prost! Vielen Dank! Ich bin ganz gerührt! Das ist sehr nett von dir! Wie lange macht ihr das jetzt? Seit 25 Folgen! Wie viele Jahre sind das? Keine Ahnung! Wir haben 300 Folgen in der Zeit produziert, aber trotzdem geil! Ich habe 500 Folgen Late Night gemacht! Wirklich? Fast 600 Folgen Late Night! Alter! Eat this! 600 Folgen Late Night! Du machst eine die Woche? Mhm! Fleischrechner! Wie viele Jahre sind das? Wer ist Fleischrechner? Brian! Fleischrechner?! Ja! Der kann super schnell Kopf rechnen! Oh Gott! Er steht richtig unter Druck! Wie lange machst du das jetzt? Wie viele Jahre macht ihr das jetzt eigentlich? Vier! Und fühlt es sich an wie vier? Oder fühlt es sich an wie... Ja, alle komplett im Sack, ey! Nö! Das ging schon schnell rum, ey! Macht ja auch Spaß! Es macht tierisch Spaß! Also ich hätte auch gerne noch, dass du Adoptionspapiere für mich unterschreibst! Auch wenn ich älter bin! Aber ich möchte hier bleiben! Das ist völlig egal, ja! Ja, kannst einfach bleiben! Okay, ich bleibe! Cool! Fangen wir doch einfach mal an mit einer Nacht! Ja! Ich schlafe jetzt wirklich in diesem Wohnwagen! Ja! Wollen wir den dann morgen essen? Im Café? Ich kann nicht mehr! Ich habe nämlich auch zu viel von diesem vegetarischen Würstchen gegessen! Ja! Würde ich da mal ins Bett bringen da hinten oder was? Ja! Gerne! Ja! 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 vlog... Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber das ist auch irgendwie geil, dass man sagt, wir hatten das erste Mal mit einer Mitarbeiterin bei uns ein Kind gekriegt, dann war ich schwanger und das war am Anfang so krass, boah, scheiße, die ist weg, wir sind irgendwie nur vier Leute und eine davon ist jetzt schwanger und dann haben wir aber im nächsten Moment gleich gedacht, Alter, wie geil, wir kriegen das hin, dass unsere kleine Bude hier kann so ein Leben finanzieren. Willst du mal Kinder haben eigentlich? Nee, gar nicht. Schließt du aus tatsächlich? Ja, ja, gar nicht mein Ding. Dabei wärst du voll der, ich meine, jedes Kind, man kann ja nicht besser aufwachsen als sozusagen bei dir, ne? Du kannst den ganzen Tag Scheiße machen. Ja, ja, das ist wirklich ein Vorteil und auch die Zeiteinteilung in der Theorie kann ich ja machen, was ich will, wann ich will und so. Das ist so wie mit dem Hund jetzt, der profitiert davon sehr. Der huscht immer von einer Baustelle zur nächsten, ist überall der Chef, weißt du, weil er kann sich alles erlauben. Alle lieben den. Genau und so und ich glaube, so wäre das mit dem Kind auch ein bisschen, aber vielleicht ist das auch direkt der Grund, da würde man Menschen wahrscheinlich verziehen. Ja. Weiß ich auch nicht genau. Was würdest du denn, also es ist jetzt so wie es ist, aber vor, keine Ahnung, 30 Jahren gab es die Möglichkeit, die du ja genutzt hast, noch gar nicht. Internet, habe ich arbeitslos. Kein YouTube und so. Genau, wer ist denn dann arbeitslos? Oh, weiß ich nicht, habe ich schon oft drüber nachgedacht, also ohne Internet hätte ich auf jeden Fall nichts. Alles, was ich tue, hat damit zu tun. Ja. Hier das Business, alles. So was wie das jetzt, wo wir jetzt hier hinfahren, Pick und Abfahrt, wird es ja ohne das gar nicht geben. Wir machen nie Werbung, wir machen nichts, wir machen Aufruf bei Instagram und dann kommen bei 100 Leute. Gut, weil du natürlich irgendwie 600.000 Follower hast. Genau, aber so, das ist das Internet. Weißt du? Ja. Ohne Internet hätte ich auf jeden Fall viel weniger zu tun, ganz viel weniger Stress und weniger Augenringe. Ich muss mir dieses Internet auch mal anschauen. Ja, heute kam Thomas Schrottwold. Das hier ist der größte Antiquitätenhandel im Umkreis von zwei Kilometern. Wie viele Antiquitätenhandel gibt es denn im Umkreis von zwei Kilometern? Ja, jede Menge, komm rein. Und wie oft hat der Laden auf? Also, das ist ja auch für Kundschaft. Man kann hierher kommen und dann kann man hier Sachen kaufen. Naja, immer so, wie wir Bock haben. Einmal im Monat. Aber es ist ja auch ein bisschen das Problem, wenn wir jetzt regelmäßig auf hätten, dann würden ja richtig viele Leute kommen. Ja. Und deswegen sagen wir eigentlich immer ganz kurz vorher nur auf Instagram Bescheid. So, wir haben jetzt morgen auf und dann sind ja schon ein paar hundert Leute da. Dann ist die ganze Straße zugeparkt und so. Und wir machen das immer ganz spät, damit nicht so viele kommen. Damit das nicht so stressig wird. Hier, alte Schilder aus Hamburg, hat niemand mehr. Boah, tatsächlich. Wir haben auch jetzt mittlerweile voll viel verkauft, aber wir haben mal von dem größten Zinkhändler Deutschlands alles an Zink gekauft. Und dann waren wir der größte Zinkhändler Deutschlands. So, und das war halt hier in dieser Scheune. Da vorne sind noch so weitere Scheunen und da haben wir. Ganz viel Kram gehabt. Und das heißt tatsächlich, also nach Lust und Laune sagt ihr Instagram kommt vorbei. Ja. Und bist du dann auch hier und verkaufst selber? Franzi, meine Mutter macht immer Essen. Franzi macht was. Und ist es dann auch so, hier steht jetzt 45 Euro und dann sage ich, ich gebe dir 30. Und dann sagst du 35. Und dann sage ich, du machst mich fertig, 35, so, dann geht die Diskussion los. Aber das ist ja, genau darum geht es. Wir können eh mega schlecht verkaufen, wir können da super gut kaufen. Echt? Ja, weil das sind ja alles Sachen, die wir geil finden. Wir kaufen die ja nicht, weil wir da viel Marge drin sehen, sondern weil wir das gerne haben wollen. Ja. Und weil ich das früher schon immer cool fand, von einer Sache viel zu haben. Ja. Dann ist natürlich immer der Jackpot. Aber hier ist auch der Stuhl von Gunter Gabriels Boot und so, das habe ich da mitgenommen. Ist das wirklich der Stuhl von Gunter Gabriels Boot? Das ist sein Muckelstuhl, ja. Das kannst du doch aber nicht, das muss doch in irgendein Museum. Ist ja sowas. Da hat er vielleicht Hey Boss geschrieben auf diesem Stuhl. Ist ja sowas wie ein Museum, oder? Ja, das stimmt. Und was kostet der Stuhl von Gunter Gabriel? Was willst du ausgeben? Gar nichts. Ja, dann kommen wir hier nicht ins Gefahr. Ja, sehr gut. Wir gehen lieber rüber, das sind ja die teuren Sachen, wenn du was hast. Warte mal, ich finde das hier schön zum Beispiel. Guck mal, hier ist so ein kleines Nierentischchen. Den? Ja, den finde ich gut. Hat Karo Dauer auch. Karo wer? Karo Dauer, kennst du mich? Größte deutsche Influencerin, Bloggerin. Ja, Karo Dauer, was hat die dir für bezahlt? Das war leider sehr wenig, nämlich nix. Ernsthaft? Na dann zahle ich, dann zahle ich, ähm, weniger als das. Ich schenke dir den. Nein, du kannst mir nicht schenken. Doch, ich schenke dir den. Wirklich? Ja, klar, nimm mit. Du bist echt ein schlechter Geschlecht zu machen. Ja, sag ich, ich kann Superscheiße verkaufen, ich kann nur gut kaufen. Das stimmt. Ja. So, hier, guck mal, hier sind die großen Schätze. Hier, da, außer DDR, kostet 1200 Euro. Hast du das jetzt gerade entschieden? Habe ich entschieden. Ich bin ja der Verkäufer. Ja, Entschuldigung. Nee, wurde uns so verkauft, keine Ahnung. Hast du für 1200 Euro gekauft, das? Nee, 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 ich nicht. Wer? In der Zwischenhändler, da muss ja wohl ein bisschen Marge drin sein. Was hast du dafür bezahlt? Sag ich nicht. Ja, 50 Euro? Ich kenne jemanden, der einen kennt, der das mal besorgt hat, aber der hat uns dafür auch echt Geld abgeknöpft. Was war das denn? Nein, der ist auch verkauft, wie du hier schon siehst, muss doch noch abgeholt werden. Ja, sehr gut. Es ist so irgendwas ganz Spezielles aus der DDR, da gibt es einen Namen für. Steht hier irgendwo dran. Äh, Schrank? Nee, nee, VEB Blechverformung Leipzig, nein. Volksschrank. Volksschrank. Das ist der Schrank unseres Volkes. Ich finde, ich glaube, ich muss langsam gehen und es ist echt schade. Es hat riesen Spaß gemacht mit dir. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Komm, ich gebe dir noch 5 Euro dafür, damit ich irgendwas gekauft habe, sonst sagen die Leute, es sei Vorteils nahm. Ja, muss ich dann jetzt hier gleich Quittung schreiben und alles. Nein, das machst du schwarz. Geht nicht. Nee, geht nicht. Nein, also 5 Euro ist noch okay. Das ist einer von den Antiquitäten in Lädern, der hier sauber eine Oberfläche. Ich bin ja... Trinkgeld, das ist Trinkgeld. Geht das? Ja, das geht. Danke, Mann. Ja, bitte. Dann weiß ich, wie ich das in Zukunft hier alles... Wir müssen aufpassen damit. Genau, diese Flasche kostet 100 Euro Trinkgeld. Hä, man muss Trinkgeld nicht versteuert werden, gar nicht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oh Gott, nicht, dass ich das falsch... Ja, doch klar, oder? Alles muss versteuert werden wahrscheinlich. Hier, pass mal auf, nehmen wir dann 5 Euro zurück. Hier, nehmen wir zurück. Ich habe hier keinen Stress. Okay. Und jetzt hau ab. Danke. Ich muss meine Taschen noch aus deinem Auto holen. Darf ich das noch machen? Ja, natürlich. Vielen Dank. So, Senior. Vielen Dank. Gracias. Ich kann jetzt auch mal, wenn ich eine Pause mache, habe ich einen Tisch dabei. Weil ich laufe jetzt noch ein Stück. Und kann da was draufstellen. Das sieht eigentlich geil aus. Eigentlich schön. Ich glaube, als wenn du so eine Show machen würdest. Genau, ich mache jetzt eine Roadshow für die Leute. Hut drauf. Ja. Und dann? Genau. Dein Geräusch. So, und dann mache ich... Ja, komm, dann... Das schenke ich dir. Jetzt Zeit, Leute. Komm, komm, komm. Ey, Leute, ich gehe hier als reicher Mann aus Zeben. Ähm, fühl dich gedrückt. Geht ja nicht wegen diesem Ding da. Ähm, Airfive. Airfist. Vielen Dank. Ey, total gerne. Du bist immer willkommen. Dankeschön. Das glaube ich dir sogar. Ja, ernsthaft. Dafür ist ja der ganze Ort, das ist alles da. Und ich kann ein Geräusch machen. Das heißt, ich bin auch ein sehr frohes... Wärtiges Mitglied der Klimastankgesellschaft. Alles Gute, mein Lieber. Du auch. Tschüss. Bis bald. Jetzt geht er nach Kassel. Wo wohnt er nochmal? Düsseldorf? Beirut? Wo? Karlsruhe. Ganz schön eine weite Strecke.